Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Bitcoin-Update-Video. Ja, neue Woche, ein bisschen Bewegung ist reingekommen, wie ihr seht. Wir hatten heute Nacht einen ganz, ganz kurzen Abverkauf zum Tages-Close auf ungefähr 29.100 US-Dollar. Position muss ich fairerweise sagen, meines zu, weil ich Profite genommen habe, einen Stop-Loss-Entry gemacht habe. Ich habe es aber gestern Abend noch vergessen, noch mitzuteilen, also eure müssten noch offen sein. Ich würde euch jetzt trotzdem raten, schon mal vorweg, einfach schon mal einen Stop-Loss-Entry jetzt zu machen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen für die Position, die hier im Golden Pocket eröffnet wurde. Den Rest werden wir jetzt besprechen. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video doch gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale etc. pp., kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich alles for free. Und nochmal der kleine Reminder, hört euch gerne unseren Podcast an, zehnte Folge. Sehr, sehr gute Folge meiner Meinung nach geworden und auch ein ernstzunehmendes Problem, was es in der heutigen Gesellschaft auch gibt. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 29.450 US-Dollar. Wir sehen hier auf dem 4-Stunden-Chart diesen sehr, sehr starken Abverkauf zum Tagesclose auf 29.100 US-Dollar. Ist jetzt keine wunderschöne Candle, muss man auch fairerweise mal so sagen. Und das ist das, was mich momentan so ein bisschen stört. Und das war auch das Wochenende über. Wir hatten teilweise eine Range von 10 Dollar, die sich über eine Stunde einfach kaum noch geändert hat. Und das war auch der Grund dann gestern, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache einen Stop-Loss-Entry, bevor ich pennen gehe. Und im Endeffekt ist meine Position jetzt erst einmal ausgestoppt. Wenn eure jetzt doch läuft, alles schön und gut. Der Stop-Loss wäre eh noch nicht gehittet worden. Verstehe ich auch. Aber dann würde ich jetzt raten, auf jeden Fall mal den Stop-Loss-of-Entry reinzusetzen. Auf jeden Fall, wie ist denn jetzt der Plan? Also, wir fangen mal an, ganz normal FIP-Level zu ziehen von unserem High bei ungefähr 30.200 US-Dollar bis jetzt zum jetzigen Tiefpunkt. Und das sollte auch das Level sein, welches wir heute dann auf jeden Fall in Angriff nehmen sollten oder könnten. In dem Bereich, das wir doch nochmal forschen, aufgrund eben dieser impulsiven Kerze. Und zumindest mal den Bereich 29.729.800 US-Dollar sehen. Erster Take-Profit, haben wir auch drüber gesprochen, sind die 29.600 US-Dollar. Also, da auf jeden Fall dann aller, aller spätestens dann den Stop-Loss-of-Entry machen. Wie gesagt, ich würde es jetzt an eurer Stelle schon machen. Einfach, um ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Und ja, Ziel ist dann auf jeden Fall das Golden Pocket hier oben. Montag oftmals Fall-Smooth, wenn wir dann mit so einer Candle schon starten, weiß ich nicht, ob das schon so ein guter Start in die neue Woche ist. Auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal so das Ziel. Hier oben wird es sich dann meiner Meinung nach entscheiden. Reicht die Kraft aus, dass wir dann zumindest noch einen Push in Richtung 30.400 US-Dollar sehen? Ich wage es ehrlich gesagt momentan ein bisschen zu bezweifeln, weil sowieso sehr, sehr wenig Liquidität im Markt derzeit vorhanden ist. Und dass wir dann eher nochmal den Abverkauf eben sehen. Zumindest mal in Richtung 28.400 US-Dollar. Die 27.600 oder 27.500 sind aber meiner Meinung nach immer noch komplett drin und schreibe ich auch derzeit noch nicht ab. Warum ist es möglich, dass wir nochmal auf 30.400 US-Dollar gehen? Wäre natürlich für alle, die jetzt noch den Long offen haben, ich überlege auch dann nochmal nachzuspringen. Aber das mache ich dann auf eigene Faust. Das ist dann kein offizielles Setup, weil das offizielle ist ja schon. Und warum glaube ich, dass es maximal nochmal auf 30.400 US-Dollar hochgeht? Wir haben hier oben eben dieser grüne Widerstandsbereich. Ist einfach mit einer sehr, sehr viel Liquidität vorhanden. Das heißt, hier oben wurden wir mehrmals abgewiesen. Das heißt, hier oben werden eine Menge Shorts einfach vorhanden sein, die einfach nur darauf warten, nochmal gekillt zu werden, bevor wir dann im Endeffekt nochmal diesen Turnaround kriegen. Also es ist noch eine Möglichkeit. Und das ist auch derzeit für mich das Bullish. Ich glaube nicht, dass wir noch höher gehen. Ich glaube, wir ziehen uns erst die Liquidität, die einfach noch ein bisschen tiefer unten ist. Und dafür zoomen wir nochmal ganz kurz raus. Schauen wir uns das nochmal an. Und ihr seht, wir haben weiterhin eben hier dieses riesige Void, die riesige Ineffizienz direkt mit dem Golden Pocket übereinstimmt. Hier in dem Bereich der 27.500 bis eben zu unserem letzten Tiefbe 28.500. Also das heißt, die ganze Zone hier unten, dort werden wahrscheinlich eine Menge Stop-Losses liegen und dort wartet man im Endeffekt nur darauf, um, sage ich mal, diesen Bereich hier unten nochmal zu füllen und dann eine nachhaltige Bewegung nach oben hin zu starten. Sollten wir oder versucht Bitcoin zumindest mal das High rauszunehmen, da muss mindestens mal ein 4-Stunden-Close über der Marke von 30.400 US-Dollar gehen. Weil wir sind technisch gesehen seit, jetzt müssen wir mal gucken, 16. Juli, also seit knapp einem Monat in einem Downtrend gefangen. Der ist auch weiterhin vorhanden. Wir bilden keine höheren Hochs, eher tiefere Tiefs, wenn wir uns das hier auf dem 4-Stunden-Chart angucken. Auch hier jetzt nochmal das Tief angetestet. Sieht nicht gut aus. Also derzeit sind wir technisch gesehen einerseits übergeordnet in einer größeren Range. Das ist dann dieser Bereich hier. Da können wir einfach im Endeffekt diese zwei Linien einfach noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Da haben wir hier eine Range-Bildung, über die wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen haben. In dieser Range, über dieser Range übergeordnet, befinden wir uns aber in einem Downtrend. Und das ist ganz, ganz wichtig einfach noch zu verstehen. Es ist weiterhin oberste Vorsicht geboten. Auch mit den Long-Positionen, die wir jetzt eben offen haben, muss man vorsichtig umgehen. Und nachdem am Wochenende kaum Bewegung war, habe ich dann gestern für mich zumindest persönlich entschieden, jo, Stop-Loss-Entry. Und dann kam eben um 3 Uhr nachts diese Candle. Gehen wir mal in den Traders-Reality-Indikator. Schauen uns hier nochmal ganz kurz um. Wo ist unser Daily Open? Wo ist unsere Psy-Range? Auch hier immer mal einen Blick am Montag drauf zu werfen. Nicht verkehrt. Das heißt, wir hatten gestern eben dieses Fake-Out aus dieser Psy-Range. Nicht ungewöhnlich. Meistens sehen wir erst einen Fake-Out. Daily Open liegt aber unter dem Psy-Lover ungefähr 29.300 US-Dollar. Also es ist nicht, oder ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier eben nochmal runtergehen. Vielleicht im Laufe des Tages das Daily Open nochmal testen. Und sollten wir da drunter brechen, dann auf jeden Fall auch nochmal den Wig. Deswegen ist es für mich persönlich ganz wichtig. Macht euren Stop-Loss. Ich meine, es sind eure Trades, aber macht euren Stop-Loss auf Entry. Und dann habt ihr erstmal ein bisschen Ruhe. Weil wir sind immer noch in der Psy-Range. Wir haben es noch nicht drüber geschafft. Und da muss man jetzt erstmal ein bisschen ein Auge drauf werfen. Also Daily Open für mich persönlich nochmal Turnaround-Point. Und möglicher für mich persönlich nochmal Entry in die Long-Zone. Solltet es brechen mit einem Close unter 1 Stunden oder 4 Stunden. 4 Stunden wäre sogar richtig bearish, meiner Meinung nach. Dann ist die Chance, dass es deutlich, deutlich nach unten geht. Viel, viel höher auf jeden Fall. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es denn dort aus? Auch hier hat sich eigentlich wenig verändert. Muss man auch fairerweise so sagen. Wir befinden uns. Wer den Wochenausblick geschaut hat, kann ich euch immer noch empfehlen. Alles Wichtige auch mit Forex, mit den Stockmärkten und so. Alles Wichtige, was diese Woche ansteht. Schaut euch das gerne an. Da steckt echt viel Arbeit drin. Also würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr euch das mal in Ruhe anschaut. Ist auch in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall verlinkt. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier hat sich echt wenig getan. Also, Seitwärtsrange befindet sich. Hier läuft kein Trade. Hier habe ich mich bewusst dagegen entschieden, in irgendeinen Trade reinzugehen. Wir haben im Wochenausblick, glaube ich, mal drüber gesprochen oder im letzten Update-Video, dass wir hier möglicherweise nochmal das Golden Pocket longen können. Nicht mal da haben wir es gestern reingeschafft. Und mir gefällt die Struktur hier überhaupt nicht. Also, der Abverkauf gestern wurde jetzt schon wieder komplett aufgefüllt. Auch hier können wir uns mal ganz kurz das Fit-Level ziehen, wo momentan Ethereum steht. Obwohl wir schon wieder über dem Golden Pocket sind. Und da seht ihr, wir sind genau im Golden Pocket. Also, hier spricht derzeit für mich nichts wirklich für longen. Wir sind auch hier in einer Seitwärtsphase, in einem übergeordneten Downtrend. Tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Also, hier brauchen wir Mommel und Tarn uns überhaupt keine Gedanken machen, hier in irgendeinen Trade reinzugehen, meiner Meinung nach. Deswegen hier, erst einmal Finger von lassen. Sollte da irgendwas kommen, werde ich auf jeden Fall noch Bescheid geben. So, und ansonsten, ja, tut sich derzeit noch wenig. Wir warten jetzt mal ab, wie der heutige Tag startet. Die XY erstmal über dem Widerstand. Das war ja so ein bisschen die Prognose, dass wir zumindest nochmal hier hochkommen könnten. Da werden wir mal noch ein Auge drauf werfen. Und ansonsten, wie gesagt, schaut euch gerne den Wochenausblick an. Und ja, das war es dann wieder für das heutige Update-Video. Wünsche euch einen schönen Start und einen erfolgreichen Start in die Woche. Wir hören uns dann morgen wieder. Und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.